Für Frauen, die an einer zu großen Brust leiden, zum Beispiel seit der Pubertät oder nach Schwangerschaften, bieten wir die Brustverkleinerung an. Das ist die operative Entfernung des Brustgewebes sowie Straffung der Haut und Anhebung der Brustwarze. Eine Brustverkleinerung kann Nacken- und Schulterbeschwerden sowie Migräne lindern und das Selbstwertgefühl verbessern. Wir bieten alle bewährten Techniken zur Brustverkleinerung an. Sie ist mit mehr als 60 Operationen im Jahr eine der häufigsten Brustoperationen unserer plastischen Chirurgen. Zum Teil übernehmen die Krankenkassen auch die Behandlungskosten. Falls Sie über eine solche Operation nachdenken, dann vereinbaren Sie bei Frau Dr. Mutamedi oder mir ein Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf Sie!